hallo leute herzlich willkommen zurück zu life is feudal einer neuen folge und wir werden denke ich in dieser folge herausfinden ob das mit dem gemüse ausreichen wird ist dass der winter kommt ob das alles abgeerntet werden kann ich hoffe ja mal so wir haben einen jäger wir haben einen förster wir haben zwei fischer und zwei die auf dem feld arbeiten die sache es ist also die sache ist es hat momentan nicht viel sinn ein neues gebäude zu bauen denn wir haben nicht genügend leute um neue also neue aufgaben zuzuteilen das heißt ich denke wir werden jetzt das spiel auf maximaler geschwindigkeit laufen lassen und ein bisschen abwarten und zuschauen was so läuft da wurde abgeholzt wieso wurde dahinten abgeholzt der förster geht doch nur bis hierhin oder war der baum zu alt keine ahnung also diesen fetten baum hier könnten wir abholzen da würden wir 66 holz aus einem einzigen baum kriegen das ist ja heftig das ist wirklich heftig so ich denke wir geben trotzdem schon eine sammlerhütte in auftrag kannst du nicht bauen wieso kann ich dann nicht bauen man das ist ja wirklich kompliziert hier ja hier kann ich bauen oder soll ich sie eher ja da geht das definitiv nicht hier würde es gehen ach komm die erste setze ich jetzt hier hin es ist in die richtige richtung es ist in die richtige richtung und dann hoffe ich dass die leute schnell an heran wachsen damit sie arbeiten können wir brauchen nämlich unbedingt mehr leute die ja die arbeiten können halt noch ein weiteres ein weiteres haus das macht vielleicht zu viele leute auf einen haufen also gleichzeitig ich weiß nämlich nicht ob das dann mit der nahrung ausreichen wird und ich will keine hungersnot hervorrufen hier sind auch viele tiere wird jetzt schon abgeerntet ja 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 sehr gut wir sind bei herbstbeginn und es wird abgeerntet das müsste dann hinhauen ich denke dann müssen wir kartoffeln haben automatisches speichern so die jagdhütte ist da hier kommt hier wird die sammlerhütte gebaut und ich denke wir lassen dann einen fischer hier und einen sammler der bringt uns dann vielleicht ein bisschen Obst rein hoffen wir es mal ähm so das wäre ja eine ziemlich gute Sache so noch einmal dann ist die sammlerhütte fertig sehr schön und dann kannst du ah es ist einer herangewachsen sollen wir jetzt zwei leute auf die jagd schicken oder zwei zum sammeln ich denke jetzt zwei zum sammeln denn im winter können die eh nichts also nicht arbeiten und wir werden dann die vom feld abziehen und die sammler abziehen und alle dann zum fischen und jagen einsetzen sehr gut sehr sehr gut ja ist auch noch so schön viel platz ich denke wir könnten auch noch ähm wo ist das den scheiterhaufen bauen denn so falls irgendjemand stirbt wird er verbrannt und es kommt nicht zu krankheiten und so und hier werde ich oh ich kann hier nicht bauen oder und so oje ne 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 das geht also nicht ok ne dann lassen wir es sein und so bl und so ne das geht auch nicht schade dann müssen sie halt den weg hier rundherum gehen Wie, habe ich jetzt gerade zwei Leute zum Sammeln eingesetzt, oder wie? Ah ja, stimmt, wie blöd. Wir sind schon bei Herbst. Fünf Grad. Und es sind noch ein paar Kartoffeln auf dem Feld. Wir haben über 600 Gemüse, also ich denke, das müsste für elf Leute reichen. Theoretischerweise müsste das Baby ja auch weniger essen als die Erwachsenen. Ich hoffe jedenfalls, dass das ausreichen wird. Der müsste definitiv fertig werden. Bei diesem sind noch 124 Kartoffeln. Mal schauen. Okay, es wird ein Arbeiter gebraucht für... Ah ja, wegen dem Scheiterhaufen, genau. Wieso geht diese Anzeige immer weg? Ups. Immer weg. Bleib doch da. Der Brunnen ist voll. Ein Grad. Hier wurde alles abgeerntet. So. Hier sind noch 96 Kartoffeln. Oh, 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 oh. Ähm, nee, du bleib stoppt. Du gehst weg. Okay, die Kartoffeln sind tot. Ach, Mano. Einen zum Fischen. Der Sammler dürfte jetzt dann also auch nichts mehr machen, oder? Ermöglicht es dir Sammler anzuheuern. Diese sammeln Gemüse, Beeren, essbare Wurzeln und andere essbare Pflanzen im Wald. Die haben auch dieses, ähm, Frostzeichen. Jedoch wird noch niemand arbeitslos angezeigt. Also theoretischerweise müssen sie noch arbeiten. Keine Ahnung, ich ziehe sie einfach mal ab. Und setze sie zum Jagen ein. Und einen weiteren zum Fischen. Das wird jetzt auch gebaut. Und ein Holz haben wir genügend. Also setzen wir drei zum Fischen. Ach, wie blöd. Jetzt habe ich die Anzeige weggeklickt. Brennholz sieht momentan noch okay aus. Aber ich denke, wir werden sowas brauchen. Und wir haben nicht genügend Steinen. Ach, Mano. So, ich setze dich mal hier hin. Und ich gebe zum Auftrag deine Sammeln. Und wir brauchen dringend Steinen, dass dieses Gebäude hier gebaut werden kann. Ansonsten frieren uns die Leute noch weg. Und werden krank und was weiß ich noch. Und das wollen wir ja nicht. Unser Ziel ist, dass jeder überlebt. Ein gemütliches Zuhause hat. Und unsere Leute hier in unserem Dörfchen alle glücklich sind. Und genau das wollen wir. So. In der nächsten Folge wird dann... Diese Holzfäller... Holzhackplatz... Dieser Holzhackplatz... 1, 2, 3... Dieser Holzhackplatz gebaut, damit wir Brennholz für den Winter herstellen können. Und... Punkto Nahrung sieht es sehr gut aus. Also wir haben über 1000 Fisch, 70 Fleisch, 800... Also über 800 Gemüse. Wenn das nicht ausreicht für unsere 11 Leute, dann weiß ich auch nicht. Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.